Hallo Didi und die Herren hier herzlich willkommen bei neuen LetsPlay Ok mein Intro gefällt mal du schon nicht, Was machen kannst du nicht irgendwie retten? Uhhhh!!! Moin euch und ich bist der Summe, Hiya. Diesen Dan und Arabio. Moin!!! Diesen Dan und Arabio Äh. Fah-hahaha Best Intro ever mann Ähh. Ja o, von den letzten Bullschen Intro ist es wahrscheinlich ja 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 gott du bist im schacht du bist im schacht du bist im schacht du bist im neuen du bist bekloppt du kannst nicht flicken du kannst nicht flicken ähm ja ähm 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 was wollte was wollte ich auch machen fiktisch äh oh das muss ich auspiepsen das ist das Video nämlich werbefreundlich genau soll ich noch Pulsala Dinger bauen äh das wäre nicht schlecht ne fuck da können wir den Dach also können wir den Dach so machen wie ich das will was denn soll abhören ah jo wirst du das mal grad aufhören warte dann hast du ja die Lasche da im Dach ausgelost ja genau dafür du fühlst dich schlecht hier geführt das war nur der Obnahme also die Obnahme wird ja nie gesehen weil sie mir nicht gefallen aber du kannst also kannst du vielleicht äh in dubbeln Borde machen nene 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 nicht mal nicht mal äh ich hatte wahrscheinlich den Trick wie man Kabeln könne verstoppen okay erstellen wir alles hier erstellen alles hier und dann kannst du direkt machen ok ok ich müsste ein bisschen rundherum experimentieren jetzt gucken ob das überhaupt passt werde ich mir grad überlegen also ähm so lah obwohl das fand nicht schlimm wann so außerhalb von Gebäude so Kabel aufläss das fand ich irgendwie schon cool aber auch wie weit könnte man tun meinen Alten zum Jungen gewesen ähm weil sie wahrscheinlich einen jeden halb Stunden ist wird nicht von genossen wo eine eine an der Taskbar ne du du steht schon kein Taskbar mehr oh ok da hast du ein Problem dann würde ich doch nicht könnt ihr nicht einfach in äh in äh in äh ah doch mit O genau mit O kannst du das ausstellen lassen heute würde ich äh äh so war und ähm so war low voltage medium voltage high voltage nicht für den normalen do solar panel äh du brauchst dort ok seit die da die leiten die die sprang wahrscheinlich so an den letzten aber so in sich nichts das sind die schon alles gebaut auf screen ja also wie gesagt ähm von der welt äh schreibt dem claudio in kommentare und ob das selber will kommen dann gib mir erst der ip weil der hunde acht slots frei ganz sind acht slots oder oder zehn ne egal egal schreibt der claudio unter über facebook oder schreibt alles über ja sag mein herz facebook guck der da unten als kommt da gib mir erst gerne daten ja genau äh nehm du hättest mein mein sachen verstanden weil die leute die kapiere ist ja du hast mir schon ein haus mir schon ein paar maschinen das haben sich nicht gesehen ja das das habe mir schon eine abgeholt haben und mehr abnahmen die ich gemacht haben nicht gefallen ja und bei mir werden da nicht zu hören ja und in letzts play ohne muss das natürlich sowieso scheiß Moment, ich stelle mich kurz dahinter, und ich gucke noch, wenn der nicht wiederhört wird. Nein, das wäre natürlich nicht dumm Sache, wenn der mich wohl nichthört. Ja, das wäre einfach in dem Intro gewesen. So, bis gleich. So, da sind wir rum, und anscheinend auch mit Männer rauschen. Ja! Yeah, bitches. Ja, ähm, ja, ja, aufwarten, hi, du, aufwarten, ach, ich muss den. So, ich muss warten, bis die Sachen mal durchgemacht sind. Also, wie du hast gesagt, kann ich relativ viel Solarpanel herstellen. Ja? Ja, ja, ich muss nur sagen, bis heute Sachen mal durch sind. Okay, geil. Ähm, ich muss zwar nur ein paar Sachen gucken. Ich muss mir da kurz mal umhören, wie sich die Daten am unten erhebt. Ja, mach doch. Bis, 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 bis gleich kommt, du. Versprochen. Mal ein Kähe. So, wie das schon dann der Vertrauten, aber, boah, das ist noch viel besser. Bis, was, was du eigentlich gemacht hast? Was dann? Eigentlich mega dumm. Einfach bei Windows, mein Pegel rauf gedreht, nur 50 Prozent, und der Mikro selber mir hart gemacht. Das ist schon mal ein Pegel, aber auch auf 100 Prozent. Das schraubt schon einfach nicht, oder? Nein, gut nicht. Wie war das? Was für ein, who war das? Die Insel Show, die heißt. Sie müssen sich geschehen geflündern, und ich so, fuck it. Ja, ich muss das schon sehen, wie geht es. Okay, ich bin da durch die Nacht, das hier, ich brauche ein ZOV. Oh, schau. Diamond Iron. Stimmt, ja. Okay, wir gucken, wie das mal Kabel von den Solarpanels, die hier überwerte sind. Hier ruft durch das Haus gehen, also durch den hier Balken, hattest du gerne. Moment, ich komm gucken. Nee, nee, ich erklär, das nicht, der Leid. Und hier weiter durch, wie das, äh, das ist der Balken, hier. Ja. Ich gucke, wie das Kabel, du, Bannen, durchgeht. Wie willst du das hinerkreieren? Mal, ich, wenn du es willst, ich erklär, das. Was ist der Balken mit Deckmann, oder was? Nee, gut nicht. Okay. Den Kabel, den du dort anstischen kannst. Ja, du kannst, äh, Material. Ah, ja, okay, okay, ich will, ja, mit denen, äh, mit denen Plöcke, wo du kannst Sachen verstoppen. Ja, ich weiß, was du merkst, okay, das ist gut. Voila. Du kannst Plöcke schneiden. Ja, ja, ja. Und ich gehf'n... Geh'r wissen, ob da die Werbung so passt. Also, ich, 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 stell' mir noch zwei Irwinna hin, weil so's dauert mir die ganze Sache ein bisschen zu lang. So. Hups. 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 Wie, wie misch' denn, der Klag, an damit? Du musst einfach, denkst du hin da? Nee, 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 ich geh' eigentlich noch die Block, wo die Klarene mit ist. Okay. Okay, dann tun wir das fertig, das ist gut. Dann klack mal durch ein Neueran. Aber brauch ich noch. Ich hab' ein Phones, da. Lass' ich mir noch n'mal eisen. Okay, made in, geht also nüt. Probier'n statt, Lommel, aus. Oha, scheiße. Ruhst du Kabel zur Fälscherweis? Nee, im Moment nüt. Dach ist schon ein halbes Kabel, ja, noch Kupferkabel. Ich brauch' einfach n'n E-Kabel. E-Kabel? E-Kabel. Einfach n'n bisschen zu experimentären. Ja, made in, du, werd' mal sowieso verstanden, ich, golden Kabel, Hul oder Glas fahr' so, oder? Das n'n wir zu experimentären, ob das so kloppt, wie ich mal das vorstellen. Also, Kabel high. Ah, scheiße, ich geseh' schon, das nicht kloppt. Hm. Hm, ja, sind schon mal getötet. Kannst du das nicht anders machen? Doch. Und zwar, wann ich schon mal kurz cheat'n gif. Was willst du machen? Nimm mich jetzt zu demonstrieren. Und zwar... Da sind ich auch mal gespannt. Fertility done, okay. Und zwar, wann ich zum Beispiel der Titan gif' voll. So. Und da kennst du die Kabel... Boah, geht das nicht? Oh, da sind ich extrem sehr enttäuscht. Nein, das geht wirklich nicht. Moment, Moment. Ich mein, wir müssen dann das machen. Als ich, voilà, der Kabel, als ich installieren, und dann... Reicht. Ne? Geht anscheinend wegschnitzt. Ne, du gehst aber in einer Möglichkeit, weil ich schon da schon gesehen, dass die Sachen gut verstoppt können gehen. Ja, schon. Zu viel. Ja, ich wusste nicht, dass ich sieg habe, wo du... Ich kann... Äh, dann weiterkraften. Das ist nicht, wie das Leute denken, äh, mir... Ich gibt... Cheat'n in der Stütze. Also, das schon. Äh... Coder... Stoala... Da... Äh... Wobber... Ist gut. So was am langen zu machen. Okay. Äh... Ich brauch noch Eisen, genau. Äh... Das machen wir hier an. Hm. Okay, warte. Ich googel nicht einfach. Ja. 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 Einfach ne Widersprüche. Mhm. Okay, ich kann das wahrscheinlich nicht hin. Obwohl ich noch eine Idee, was ich probieren kann. Und zwar mit Glasfaser. Weil Glasfaser ja mit... Mit Dinos. Das ist mir recht, gell? Ja. Vielleicht geht es mit dem. Nee. Vielleicht musst du dich umgedrängt machen, Idiot. Das Töschte ist zu kurz im Geburt. Äääh... Mh-hmmm. Ne... Okay, das ist mein Idee, geht an den Tonnen. Und wir machen das einfach so wie es geht. Ne? Einfach so. Ja. Ach, ist das schuld, ne? Ich probiere mal etwas. Wann ich kliff nicht? Ja, das sind nämlich wie bei der, okay. Ja. Ich find die Dinger, die du geschieht, natürlich selber hergestellt. Bringen die doch nicht, geil. Naja, erst nicht schnell. Ich kenn's aber, warte, in der Mach-Armee, kannst du dann... Warte. 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 Mach mal... Moment. Warte. 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 Das ist natürlich... Okay, ich versteh ne Problem. Okay, das ist gut, ich versteh ne Problem. Vielleicht, wenn ich nicht ahne, dass we es den Kommentaren, wie das genau geht. wir haben eine Karte wird stattdessen doch verschwunden ist nur ge-durre-Klein-Trick ja du gehst für die Insel um länger die ganz ganz genau du mehr das hier so also ich fand die Geheimgang cool wir müssen noch so Geheimgang machen ah ok so wie seid ihr in Sachen heute Tindas ist okay du hast ein Iron genau den Iron den Iron so dann halt gleich machen wir Iron das ist aber so beschissen ah fuck oh das ist noch mal dunkel ne das ist noch dunkel Ginn ehrlich oh Gott das ist noch mal dunkel okay okay ich hab gesagt nicht nur so gut 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 geschafft da passt du ich guck gerne man ja mir wärs besser ist neig da definitiv nun kannst du den Kabeln durchmachen ich geb am liebsten Glasfaser und Milch werde durchmachen äh 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 man kann's auch mal Batterie voll machen ja eigentlich schon doch nid mulsoh äh äh egal blass man ist merkst du nicht doch mh du brauchst keine glasfaser also doch schon ja wir haben platz glasfaser willst du und wenn du zu deuerst wir könnten die batterien einfach einen platz benutzen du verstehen was ich meine ja mit ja kann ich noch mal es sind kann da ist ein sonnensichern also schon noch verbraucht schnitt bei mir an der tasche nach aus nächst voller also du was für solat sein müsste grad fängt mit den normalen und da will ich die die lobe die oder die heimacher macht macht bis zu heimann aber es ist ein hoher wirst und setze richtig dann auf dem dach weil es hat gern dachen nehmen nach heimann der fiedel dürfen wir hatten einfach verfügt nach wo das muss rauspipsen mir hatte ganz viel strom ja ja wie gesagt die heißen aber extrem teuer ich weiß sie sind extrem steuer dafür und schocken über lust die query hier irgendwo an der gesendung zu setzen ja mit der attention sind auch teuer an kabeln ja wie gesagt muss alles den enormer kommen die wora auch dem e system am nächsten auch schon bis zu suchen kann man bauen und das funktioniert zwar hier nicht wie mit gewinn sind funktioniert aber du hast du to workbench do weil ich dem ganzen kraft sind dafür unternimmt aufs Dream du vorn 沒有 schock gustado von d an cl okay gedacht dann an mir denkt cheia und ich gesehen ja das hier ist die wohl sich nicht nach zwei schon ein bisschen ja gehen wir wohl sich ja schon die ganze beben da oben hat er beißen gestützt für was du hast doch einfach keinen aufrappen dann hat man ich wollte pläne auf leite halle für andere sachen noch mal das mann bisschen von und so machen sie schon so braun wir sind ein kassel genau zu viel geduld weißt du ich gesehen es wäre nicht der grund mehr okay ja genau einfach okay so das ist okay so wo ist ein schwerer wandern beim ersten schuf direkt zerbrüht da bringst du schon du musst die erne umbringen was ist das so